Hallo und willkommen zur Vorlesung über Morphologie. Wir sind bereits in Woche 8 und jetzt geht es eigentlich gar nicht mehr so sehr um Morphologie, sondern um Lexikologie, die mit Morphologie und Syntax sogar zusammenhängt. Es geht um Valenz, der Überblick, wie immer. Wir werden sprechen über funktionale Wortschatzgliederung. Das ist hier gemeint mit Lexikologie, also nicht Wortbedeutung oder sowas, sondern wir reden über bestimmte Gliederungen im Wortschatz und zwar jetzt der Verben. Bisher haben wir eine morphologisch motivierte Gliederung vorgenommen, zum Beispiel in Form der Wortklassen, zum Beispiel auch in Form von Pluralklassen bei den Substantiven. Die weitere Gliederung jetzt erfolgt morphosyntaktisch funktional. Das heißt, wir bilden Klassen von Verben auf Basis bestimmter funktionaler Eigenschaften. Und zwar werden wir uns zuerst anschauen, was sind passivierbare Verben. Das ist ja eine wichtige Unterklasse der Verben. Nicht alle Verben sind passivierbar und werden das dann ein bisschen ausdehnen auf Valenzklassen. Sie kennen wahrscheinlich transitive und intransitive Verben. Nun, das sind bereits Valenzklassen. Wir werden das nur ein bisschen genauer machen. Zum Beispiel werden wir uns anschauen, was Verben mit Präpositionalobjekten sind und wie auch diese den Verbwortschatz weiter untergliedern. Was wir hier sehen, ist auf jeden Fall jetzt auch wieder nur ein Ausschnitt der möglichen Klassen. Auch hier kann man sehr viel feiner zu Werke gehen. Aber genau wie bei den Wortklassen ist das in erster Näherung auch gar nicht nötig für unsere Zwecke. Was ist nun Valenz? Valenz trennt zwischen Ergänzungen und Angaben, denn nur die Ergänzungen sind Valenz gebunden. Wir schauen uns einfach ein paar Beispiele an. Gabriele malt ein Bild. Es geht um ein Bild, also wieder die eingeklammerten Konstituenten. Gabriele malt gerne. Sie werden hier sofort aus der Schulgrammatik sehen, dass es sich bei ein Bild um ein Objekt und bei gerne um eine sogenannte adverbiale Bestimmung handelt. Im Wesentlichen geht es um diesen Bereich. Gabriele malt den ganzen Tag. Das ist gewiss zu den ganzen Tag lang verkürzt. Aber wir können das auch so als reinen Akkusativ benutzen. Aber auch das erscheint uns mehr wie eine sogenannte adverbiale Bestimmung. Gabriele malt ihrem Mann zu figürlich. Da wäre jetzt wieder die Frage nach dem Status dieser beiden eingeklammerten Konstituenten. Sind das, naja, Ergänzungen oder Angaben bzw. Objekte oder adverbiale Bestimmungen? In dem Moment, wo wir sagen, ein Bild ist ein Objekt, weisen wir ihm eine besondere Funktion zu oder besser gesagt, wir stellen es in eine besondere Relation zum Verb. Denn etwas kann nur ein Objekt zu einem Verb sein. Wenn wir ein Bild außerhalb des Satzkontextes sehen, können wir nicht sagen, ob das ein Objekt ist. Wir können vielleicht sagen, es ist ein Nominativ oder Akkusativ. Aber ein Objekt, das ergibt erst Sinn, wenn wir uns im Satzkontext befinden. Wir wollen also eine besondere Relation postulieren zwischen ein Bild und malt in diesem Fall. Adverbiale oder Angaben im Allgemeinen haben diese spezielle Relation nicht. Das steckt auch hinter der Schulterminologie. Wichtig ist, dass es nicht darum geht, was man weglassen kann. Das ist hier nicht der entscheidende Unterschied. Das wird manchmal in der Schule so unterrichtet, das ist aber tatsächlich falsch. Sie können ein Bild weglassen, das Objekt, Gabriele malt. Sie können genauso die hier gelb markierten, putativen Angaben bzw. adverbialen Bestimmungen usw. weglassen. Also, Gabriele malt, naja, und dann wissen Sie ja nicht mal, ob Sie jetzt gerne oder ein Bild oder gerne ein Bild weggelassen haben. Das können Sie alles weglassen. Das führt uns nicht zu diesem Unterschied. Was führt uns denn jetzt zu diesem Unterschied zwischen Ergänzungen und Angaben? Und der Unterschied zwischen Objekten und adverbialen Bestimmungen ist ein Spezialfall dieses Unterschieds. Und das ist die Lizenzierung. Lizenzierung bedeutet eigentlich nur, dass das Verb es bestimmten Satzgliedern, Phrasen erlaubt, im Satz aufzutreten. Und wir schauen uns Beispiele an. Gabriele isst den ganzen Tag Walnüsse. Das ist wieder dieser Akkusativ hier, gewiss verkürzt, zu den ganzen Tag lang oder den ganzen Tag über. Aber wir können es eben auch so als reinen Akkusativ verwenden. Gabriele läuft den ganzen Tag, da ist er wieder. Gabriele backt ihrer Schwester den ganzen Tag Stollen, da ist er wieder, dieser Akkusativ. Gabriele litt den ganzen Tag unter Sonnenbrand. Wir sehen also, dass bei allen diesen Verben mit ihren Objekten, die sie sowieso zu sich nehmen, diese Angabe den ganzen Tag stehen kann. Die ist hier frei kombinierbar. Und jetzt schauen wir uns den Fall an, wo das nicht geht. Gabriele isst ein Bild Walnüsse. Jetzt werden sie sagen, Moment, Bilder kann man nicht essen. Nun gut, einen Kuchen isst Gabriele Walnüsse. Da fällt ihnen sofort auf, dass das nicht geht. Das geht auch nicht, obwohl man einen Kuchen essen kann. Das geht nicht, weil sie da zwei Akkusative haben, nämlich ein Bild, respektive einen Kuchen und Walnüsse. Gabriele läuft ein Bild. Geht auch nicht. Dieser Akkusativ, im Gegensatz zu diesem Akkusativ hier oben, ist nicht kompatibel zu laufen. Gabriele backt ihrer Schwester ein Bild. Stollen, das geht auch nicht. Und auch hier liegt es nicht an der Semantik von ein Bild. Denn wenn wir daraus machen, einen Kuchen backt Gabriele ihrer Schwester ein Stollen. Auch das geht nicht. Gabriele litt ein Bild unter Sonnenbrand. Irgendwas verhindert, dass ein Bild oder ganz viele andere Akkusative hier stehen können. Den ganzen Tag war aber okay. Das liegt daran, dass Angaben wie den ganzen Tag, die ganze Zeit, einen Tag lang, andauernd und so weiter verbunspezifisch lizenziert sind. Das bedeutet nichts anderes als, dass sie bei jedem Verb stehen können. Natürlich kann es sein, dass sie semantisch nicht dazu passen, dass es also landläufig gesagt keinen Sinn ergibt, ein bestimmtes Adverb zum Beispiel zu kombinieren mit einem Verb. Aber im Prinzip, syntaktisch gesehen, können sie bei jedem Verb stehen. Diese Ergänzungen hier in blau, die sind für bestimmte Verben oder bestimmte Verbklassen spezifisch. Diese Verben bzw. Verbklassen lizenzieren spezifisch diese Arten von Akkusativen. Und das kennen Sie eigentlich auch schon aus der Schule. Nicht jedes Verb erlaubt es, dass ein zum Beispiel Akkusativobjekt oder ein Dativobjekt bei diesem Verb steht. Wenn dann ein Akkusativ steht, so wie bei laufen, dann muss es sich um so eine Angabe handeln, die also letztlich adverbiell verwendet wird, um ein bisschen den Anschluss an die Schulterminologie zu halten. Die Valenz ist nun nichts anderes als die Liste der Ergänzungen eines Verbs oder anderer Wörter. Wir werden sehen, das spielt vor allem bei den Verben eine Rolle, aber es gibt auch andere Wortarten, wie zum Beispiel Präpositionen oder auch Nomina, die Valenz haben. Ausgehend von dieser Definition können wir uns jetzt Gedanken machen über weitere Eigenschaften von Ergänzungen bzw. Angaben. Iterierbarkeit wäre die erste und das heißt nichts anderes als Wiederholbarkeit bzw. Stapelbarkeit könnte man sich auch vorstellen. Von Angaben, nur Angaben können das Ergänzungen nicht. Wir sehen hier, wie das funktioniert. Wir müssen den Wagen jetzt mit aller Kraft vorsichtig anschieben. Da haben wir hier drei Angaben. Wir essen schnell mit Appetit an einem Tisch mit der Gabel einen Salat. Schnell mit Appetit an einem Tisch mit der Gabel sind Angaben und wir können vier ohne weiteres hier in diesem Satz haben. Wir könnten uns auch noch weitere überlegen und problemlos hinzufügen. Was aber nicht geht, ist einen zweiten Akkusativ, der nur als Objekt interpretierbar ist, hinzuzufügen. Wir essen schnell ein Tofu-Gericht. Da ist der erste Akkusativ mit Appetit an einem Tisch mit der Gabel einen Salat. Da wäre der zweite Akkusativ und diese beiden Akkusative können nur als Objekt interpretiert werden. Den ganzen Tag, da wissen wir, es gibt diese besondere Interpretation als so eine Art Adverbial, aber bei diesen beiden hier geht das nicht und dann können wir nicht beide in diesem Satz verwenden. Genau das ist damit gemeint, dass die Angaben, hier gelb markiert, iterierbar sind. Wir können also sehr viele davon haben und das liegt eben genau daran, dass sie beliebig für jedes Verb lizenziert sind. Und Objekte zum Beispiel sind nur einmal bei bestimmten Verben lizenziert, so wie das Akkusativobjekt hier. Sie sehen, dass es nichts mit Weglassbarkeit zu tun hat. Die Objekte sind nicht die Satzteile, die man nicht weglassen kann. Sie sehen, wir können das auch ganz ohne Akkusativobjekt machen. Wir können es aber nicht mit zwei Akkusativobjekten machen. Das ist der wesentliche Unterschied. Ergänzungen stellen eine der wichtigen Schnittstellen zwischen Syntax und Semantik dar. Die Verbsemantik sagt nämlich, welche Rolle bestimmte von den Satzgliedern bezeichnete Dinge in der Situation spielen, die das Verb beschreibt. Die Semantik von Ergänzungen ist damit abhängig vom Verb. Wir sehen dann gleich noch Beispiele. Die Semantik von Angaben hingegen ist völlig unabhängig vom Verb. Deswegen können wir sie zu jedem Verb hinzufügen. Und schauen Sie sich an, was damit gemeint ist. Ich lösche den Ordner während der Hausdurchsuchung. Den Ordner ist eine Ergänzung, während der Hausdurchsuchung eine Angabe. Ich mähe den Rasen während der Ferien. Ich fürchte den Sturm während des Sommers. Und hier sehen wir, dass wir jedes Mal so eine Zeitangabe mit während hinzufügen können. Und die bedeutet jedes Mal dasselbe, was eben eine Präpositionalphrase mit während bedeutet. Sie gibt den Zeitraum an, innerhalb dessen etwas passiert. Das ist völlig aus sich selbst heraus erklärbar. Während der Hausdurchsuchung, wenn wir das hören, dann wissen wir, es gibt offensichtlich eine Hausdurchsuchung. Die hat einen bestimmten Zeitablauf. Und genau das beschreibt während der Hausdurchsuchung und während der Ferien, während des Sommers. Was aber die spezielle Rolle von den Rasen, den Ordner und den Sturm ist, in den beschriebenen Ereignissen, das wissen wir erst, wenn wir das Verb dazu sehen. Das sind alles Akkusative. Und wir können jetzt nicht sagen, was passiert denn mit denen. Wenn wir nämlich dann hören, ich lösche den Ordner, dann wissen wir, der wird vernichtet in diesem Ereignis. Ich mähe den Rasen. Dann wird der verändert. Da wird dann ein Stück abgenommen in der Fläche. Ich fürchte den Sturm. Da passiert mit dem Sturm ja wirklich gar nichts, sondern der Sturm löst in uns, im Sprecher oder in der beschriebenen, durch das Subjekt beschriebenen Person, einen Angstzustand aus. Das sind völlig verschiedene Dinge, die hier mit dem Akkusativ passieren. Sobald ich während habe, weiß ich, es geht um einen Zeitraum, innerhalb dessen bestimmte Dinge passieren. Wir fassen jetzt im Wesentlichen zusammen, Angaben sind grammatisch immer lizenziert und bringen ihre eigene semantische Rolle mit. Das heißt, es liegt in der Angabe selber, was für eine Art Aspekt eines Ereignisses sie beschreiben, zum Beispiel einen Zeitraum. Sie können natürlich semantisch-pragmatisch inkompatibel sein. Das ist aber aus der Semantik relativ gut vorhersagbar und wie Ergänzungen mit dem Verb zusammenhängen, das weiß man erst, wenn man das Verb gelernt hat. Das ist nicht vorhersagbar. Ergänzungen sind nämlich Satzteile, die spezifisch vom Verb lizenziert werden und in ihrer semantischen Rolle vom Verb abhängen. Und das ist ganz wichtig, das haben wir gesehen, jede dieser Rollen kann nur einmal vergeben werden. Wenn ein Verb sagt, ich nehme ein Akkusativobjekt, dann nimmt es nur ein Akkusativobjekt. Manchmal kann man das weglassen, wir können aber nie zwei Akkusativobjekte haben. Außer bei ganz bestimmten Verben, die aber dann eben lexikalisch auf zwei Akkusative festgelegt sind. Und das ist nicht mal eine Handvoll. Jetzt habe ich gesagt, es geht darum, welche Rolle ein bestimmtes Objekt, also ein Gegenstand an einem Ereignis spielt. Was sind diese Rollen? Wir schauen uns hier wieder Beispiele an. Michelle kauft einen Rottweiler. Der Rottweiler schläft. Der Rottweiler erfreut Marina. Sie sehen, es geht hier um Subjekte. Das sind alles Subjekte hier, Nominative, die mit dem Verb kongruieren. Und wir können fragen, gibt es eine semantische Verallgemeinerung? Also spielen diese Subjekte, beziehungsweise die von ihnen bezeichneten Gegenstände, immer eine ganz bestimmte Rolle bei diesen Ereignissen. Wir können natürlich sagen, es geht hier um eine Käuferin, einen Schläfer und einen Erfreuer. Aber gibt es da eine Verallgemeinerung? Das Subjekt drückt aus, wer oder was im Satz handelt. Das findet man in vielen Schulbüchern, zum Beispiel, natürlich längst nicht in allen. Aber das ist Unsinn. Denn Sie sehen ja schon, also der Rottweiler handelt nicht wirklich. Nur die Käuferin handelt hier. Der Rottweiler, wenn er schläft, handelt nicht. Und wenn er Marina erfreut, dadurch, dass er ein Hund ist und Hundedinge tut, tut er das ja auch nicht handelnd, aktiv, willentlich. Wenn Sie aber einen Rottweiler kaufen oder irgendetwas, tun Sie das in aller Regel willentlich, mit Absicht, als aktiv handelnde Person. Wir betrachten hier, das sehen Sie ja schon, Verben als Kodierung eines Situationstyps. Also der Typ Kaufen-Situation, Schlafen-Situation, Erfreuen-Situation und können dann eben fragen, was sind die charakteristischen Mitspieler in dieser Situation. Die Dinge, die an einer Kaufen-Schlafen-Erfreuen-Situation typischerweise beteiligt sind. Also Handelnde, Betroffene in irgendeiner Form, Veränderte wie der Rasen, wenn ich ihn mähe, Emotionen Erfahrende, das ist so wie hier bei dem Erfreuen. Da ist Marina die Person, die eine bestimmte Emotion empfindet. Sie sehen schon, es geht hier um Mitspieler im weiteren Sinn. Das können auch Gegenstände, Zeitpunkte sein. Ja eben nicht nur willentlich handelnde Personen, sondern alle Dinge, die so an einem Situationstyp typischerweise beteiligt sein können. Und es ist nicht so, dass solche Rollen, wie zum Beispiel Handelnde, Betroffene, Veränderte und so weiter, sich direkt auf Kasus abbilden lassen. Das macht jedes Verb für sich, verteilt die Rollen auf bestimmte Kasus. Und damit wissen Sie, was Kasus eigentlich macht. Das ist die Möglichkeit der Grammatik, eine Verbindung zu bestimmten vom Verb, vom individuellen Verb, festgelegten Rollen herzustellen. Wir schauen uns jetzt zwei dieser möglichen Rollen an, Agents und Experiencer. Michelle kauft einen Rottweiler, das sind die Sätze von vorhin. Der Rottweiler schläft, der Rottweiler erfreut Marina. Wir reden also über die farblich hervorgehobenen Satzteile und überlegen, was sind die Rollen. Michelle ist hier wirklich eine Handelnde und das nennt man dann ein Agents. Marina hier in dem Satz C erfährt einen psychischen Zustand. Sie wird erfreut. Das nennt man gerne einen Experiencer. Und das ist ja, glaube ich, dann klar aus dem Englischen, was die Idee dabei ist. Der Rottweiler, hier dreimal gelb markiert, na gut, der würde jetzt andere Rollen jeweils spielen, auf die wir hier nicht weiter eingehen. Ich habe da im Buch auch die unbekannte Rolle eingeführt, die Rolle X. Das ist nicht so, dass ich hier nicht etwas zu sagen könnte, sondern das ist einfach hier didaktisch verkürzt. Wir kommen dann jetzt nochmal auf Rollenzuweisung und auf den Unterschied von Ergänzungen und Angaben zurück. Wir können jetzt jeweils fragen, welche charakteristischen Rollen gibt es denn in einem Situationstyp, wie er von einem Verb beschrieben wird. Fast immer gibt es zum Beispiel einen Zeitpunkt, einen Ort, eine Dauer. Nicht immer haben wir zum Beispiel Handelnde. Beim Schlafen, Fallen oder Gefallen haben wir eigentlich niemanden, der handelt. Einen psychischen Zustand Erfahrende gibt es auch nicht in jeder Situation, die von einem Verb beschrieben werden kann. Beim Laufen, Reparieren, Häkeln erfahren wir vielleicht psychische Zustände. Das Verb macht aber keinerlei Aussage darüber. Und das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten. Man kann natürlich immer sagen, ich häkelte traurig eine Decke. Dann sage ich in dem Satz, dass ich traurig war. Das ist völlig kompatibel. Aber das Verb Häkeln sagt eben nichts über psychische Zustände. Das muss ich extra hinzufügen über eine Angabe. Physisch veränderte Gegenstände haben wir auch nicht immer. Wenn ich etwas betrachte, etwas so belasse, wie es ist oder etwas verkaufe, gibt es eben gerade keine veränderten Gegenstände. Beim Verkaufen ändert sich zwar der Besitzstatus, aber der Gegenstand selber bleibt derselbe. Und wie ich eben schon angedeutet habe, auch wenn kaufen, fallen und so weiter Emotionen auslöst, das jeweilige Verb von sich aus sagt darüber nichts. Es gehört also nicht zu unserem Konzept von kaufen, fallen und so weiter, dass wir da jedes Mal etwas über einen psychischen Zustand sagen müssen, der irgendjemandem induziert wird. Ergänzungen sind gekoppelt an solche verbspezifischen Rollen. Das haben wir eben schon mal gesagt, aber jetzt sollte das klar werden. Hier diese jetzt orange markierten Mitspieler an Ereignissen sind solche, die typischerweise über Ergänzungen kodiert werden. Und ich sage es nochmal, jedes Verb entscheidet für sich, welche Rollen das sind und mit welchen Kasus dann auf der grammatischen Seite diese Gegenstände verknüpft werden. Angaben haben verbunspezifische Rollen, das heißt, man kann sie, solange das einigermaßen semantischen Sinn ergibt, auch zu jedem Verb hinzufügen. Etwas, das ich eben auch schon einmal angedeutet habe, nennt man auch das Prinzip der Rollenzuweisung oder so ähnlich, dass nämlich diese situationsspezifischen Rollen nur jeweils einmal vergeben werden dürfen. Und genau das führt dazu, dass wir zum Beispiel ein Objekt, zum Beispiel ein Akkusativobjekt, nicht einfach doppeln können. Das haben wir ja reichhaltig gesehen in den Sätzen vorhin, sobald da zwei Akkusativobjekte vorkommen, werden die Sätze ungrammatisch. Das ist jetzt die semantische Motivation dafür, dass Angaben iterierbar sind. Sie brauchen keine spezifische Lizenz und Ergänzungen nicht. Sie brauchen eine spezifische Lizenz, die nur einmal vergeben wird. Wir müssen natürlich aufpassen, es gibt so etwas wie Koordinationen. Also, Marina und Michelle kaufen bei einer seriösen Züchterin und ihrer Freundin einen Dobermann und einen Rottweiler. Hier haben wir jeweils Koordinationsstrukturen mit UND und natürlich haben wir dadurch immer zwei Personen oder zwei Hunde, an die die jeweilige Rolle vergeben wird. Und da muss man jetzt eben aufpassen, koordinierte NPs ergeben ein syntaktisches Argument, eine Konstituente. Und die kann eine Rolle zugewiesen bekommen, denn wir haben eine Rolle pro syntaktischem Argument. Wir haben hier den Effekt, dass diese Koordination so etwas wie ein Summenindividuum, also eine Zusammenfassung von zwei oder mehr Individuen bildet. Und das ist eben das Wunderschöne, dass die Grammatik es uns erlaubt, dass wir da zwar mehrere Gegenstände oder Menschen oder Hunde zusammenfassen können, aber die bekommen dann nur eine Rolle zugewiesen und sobald wir das ohne UND versuchen, geht es eben nicht. Ich habe ja gesagt, hier geht es um die Syntax-Semantik-Schnittstelle. Und damit kommen wir schon zu den Passiven. Eine kleine Vorbemerkung ist nötig. Ich beschreibe Passivbildung als Valenzänderung. Wir müssen uns jetzt ganz kurz überlegen, was eine Valenzänderung denn sein soll. Im Prinzip ist das eine Art von Wortbildung. Die Valenz von Kaufen, informell beschrieben, sieht so aus. Wir haben eine Nominativ-NP und eine Akkusativ-NP. Wenn wir uns das Passiv von Kaufen vorstellen, dann haben wir nur noch eine Nominativ-NP. Ich kaufe das Auto. Das Auto wird gekauft. Nur noch eine NP und die im Nominativ. Und das, was im Passiv die Nominativ-NP beschreibt, ist im Aktiv das, was die Akkusativ-NP beschreibt. Und wir stellen uns das Passiv jetzt so vor, dass diese Valenzliste zu dieser geändert wird. Aber da Valenz eigentlich ein statisches Merkmal ist, ist die Passivbildung eigentlich sowas ähnliches wie Wortbildung. Und in der vierten Auflage meines Buches, Einführung in die grammatische Beschreibung des Deutschen, werden die infiniten Verbformen aus diesen Gründen dann eben auch als Wortbildung eingeführt. Es gibt auch andere Wortbildungsprozesse mit Valenzänderungen. Zum Beispiel den Applikativ mit be. Ich zeige Ihnen, was das sein soll. Wenn Sie ein Verb haben wie gehen und machen daraus begehen, dann ändert sich die Valenz. Ich gehe, da haben Sie einen Nominativ, aber ich begehe die Straße. Wenn Sie gehen haben, müssen Sie, wenn Sie die Straße ins Spiel bringen wollen, das mit einer Angabe tun. Ich gehe auf der Straße. Beim Applikativ, und das macht B, wird so eine Angabe in den Valenzrahmen, wie man auch sagt, übernommen. Ich begehe die Straße. Sie können dann nicht mehr sagen, ich begehe. Ja, was denn? Sehen Sie, da haben Sie plötzlich einen Akkusativ, der sogar stehen muss. Der nicht nur lizenziert ist, sondern in dem Fall tatsächlich obligatorisch. Damit kommen wir jetzt endgültig zum Passiv, zu der Beschreibung des Passivs im Deutschen. Und wir schauen uns das Werden-Passiv an. Sie werden sehen, es gibt mehrere Passive. Ich habe in der Schule gelernt, nur transitive Verben können passiviert werden. Und zur Erinnerung, transitive Verben, das sind solche, die ein Subjekt und ein direktes Objekt, ein Akkusativobjekt nehmen. Das ist falsch. Diese Beschreibung der Passivierbarkeit stimmt nicht. Schauen wir uns Sätze an im Aktiv und ihre korrespondierenden Sätze im Passiv. Johann wäscht den Wagen. Das ist ein transitives Verb. Johann ist das Subjekt. Den Wagen ist das Akkusativobjekt. Das Passiv dazu lautet, der Wagen wird von Johann gewaschen. Wir können dieses von Johann hinzufügen. Das passiert aber nur in ungefähr 10% aller Fälle, in denen wir ein Passiv bilden. Alma schenkt dem Schlossherrn den Roman. Hier haben wir ein Subjekt im Nominativ, ein Dativobjekt und ein Akkusativobjekt. Das Passiv dazu lautet, der Roman wird dem Schlossherrn von Alma geschenkt. Und Sie sehen, hier wurde der Akkusativ des Aktivs zum Nominativ im Passiv. Und das gleiche passiert hier. Der Akkusativ wird zum Nominativ. Mit dem Dativ, dem Schlossherrn, passiert eigentlich nichts. Johann bringt den Brief zur Post. Der Brief wird von Johann zur Post gebracht. Hier haben wir ein Verb bringen und was auch immer zur Post ist, wahrscheinlich eine Angabe. Nun, das verändert sich nicht. Und wieder wird der Akkusativ zum Nominativ. Der Maler dankt den Fremden. Achtung, das ist ein Dativ. Den Fremden wird vom Maler gedankt. Sie sehen auch hier, der Maler fällt eigentlich weg. Wir können zwar sagen, vom Maler, das tun wir aber meistens nicht, in 90% der Fälle. Den Fremden verändert sich nicht. Das ist ein Dativ. Der tritt einfach hier wieder auf. Und merken Sie etwas? Dieser Satz hat kein Subjekt. Johann arbeitet hier immer montags. Montags wird hier von Johann immer gearbeitet. Die Verben in 14 und 15 sind keine transitiven Verben. Es gibt keinen Akkusativ. Danken und Arbeiten lizenzieren kein Akkusativobjekt. Wir können sie trotzdem passivieren. Da das Subjekt des Passivs, aber aus dem Akkusativ des Aktivs gemacht wird, haben diese Sätze kein Subjekt. Montags ist eine adverbiale Bestimmung. Also wir sagen jetzt eine Angabe. Hier ist ebenfalls eine Angabe. Von Johann wahrscheinlich auch. Immer ist eine Angabe und dann kommt da schon das Verb. Kein Subjekt. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Sätze ohne Subjekt. Der Ball platzt bei zu hohem Druck. Bei zu hohem Druck wird vom Ball geplatzt. Und Sie sehen, das geht nicht. Da ist natürlich jetzt die Frage. Na gut, Arbeiten ist intransitiv, nimmt nur ein Subjekt. Platzen ist ebenfalls intransitiv, nimmt nur ein Subjekt, keinen Akkusativ. Warum kann ich das eine Verb arbeiten, passivieren, das andere platzen hingegen nicht? Der Rottweiler fällt Michelle auf. Achtung, das ist ein Dativ hier, Michelle. Der Rottweiler ist das Subjekt. Das heißt, wir haben letztlich wieder ein intransitives Verb, das zusätzlich ein Dativ nimmt. Michelle wird von dem Rottweiler aufgefallen. Auch das geht nicht. Das ist also wieder ein Verbtyp, der kein Akkusativ hat, der nicht passivierbar ist. Aber es gibt durchaus Verben ohne Akkusativ, die passivierbar sind. Woran liegt es denn nun, dass 14 und 15 Verben enthalten intransitive, die passivierbar sind, ob nun mit oder ohne Dativ? Und 16 und 17 Verben enthält, die nicht passivierbar sind, obwohl sie eigentlich morphologisch-syntaktisch genauso aussehen wie die in 14 und 15. Bevor wir das beantworten, fassen wir nochmal zusammen, was beim Vorgangspassiv passiert. Wir nehmen ein Hilfsverb hinzu, das ist werden, und das Verb, das wir passivieren wollen, muss dann im Partizip stehen. Wird verkauft. Für die Passivierbarkeit ist jetzt die Nominativergänzung relevant. Es geht eigentlich gar nicht um den Akkusativ. Wir beschreiben Passivierung, wie gesagt, als Valenzänderung. Der Nominativ wird zu einer optionalen Angabe von Johann, von Alma und so weiter. Da kann man sich überlegen, ob das vielleicht eine weglasbare Ergänzung ist. Das soll uns jetzt nicht groß beschäftigen. Eventuelle Akkusativergänzungen, wenn sie denn da sind, im Aktiv, werden zur Nominativergänzung, also zum Subjekt, im Passiv. Das heißt nichts anderes als das direkte Objekt im Aktiv wird zum Subjekt im Passiv. Wenn das Verb im Aktiv kein Akkusativ hat, dann haben wir im Passiv eben auch kein Subjekt. Wir haben nichts, was wir zum Subjekt machen können. Und dann haben wir ein sogenanntes unpersönliches Passiv. Ist eine Dativergänzung vorhanden, bleibt sie eine Dativergänzung. Haben wir Angaben, bleiben diese Angaben. Und die Frage ist jetzt eigentlich nur noch, na welche Verben können wir denn nun nicht passivieren? Das sind Verben, die eine Nominativergänzung haben oder vielleicht auch nicht, aber die auf jeden Fall keine agentivische Nominativergänzung haben. Das gilt mit prototypischem Charakter. Wenn Sie ins Buch schauen, gibt es da eine Vertiefung mit entsprechenden Problemfällen. Auf jeden Fall gilt als grobe Generalisierung, die sehr, sehr weit trägt, dass Verben, die ein Nominativ haben, der eine aktiv handelnde Person bezeichnet, passivierbar sind. Nur diese. Wenn wir also einmal kurz hierher zurückgehen, dann haben wir gesehen, danken nimmt keinen Akkusativ, aber es hat immerhin ein Subjekt. Und jemand, der dankt, handelt willentlich. Und deswegen können wir danken passivieren. Arbeiten ist auch ein Vorgang, der willentlich ausgeführt wird. Und das Subjekt, hier Johann, bezeichnet die Person, die da willentlich handelnd arbeitet. Deswegen können wir das passivieren. Wenn wir platzen nehmen, das hat zwar ein Subjekt wie hier, der Ball platzt, aber der Ball tut das eben nicht willentlich. Nichts, das platzt, tut das mit Absicht, mit Vorsatz und willentlich handelnd. Deswegen können wir das Verb nicht passivieren. Das Fehlen eines Akkusativs wäre völlig egal. Dann hätten wir halt kein Subjekt, wie in 14b und 15b. Und genauso verhält es sich mit auffallen. Wenn wir jemandem auffallen oder eine Vase fällt jemandem auf oder ein Hund, dann tut der Gegenstand, der da auffällt, das nicht auf willentliche Art und Weise. Wenn Sie sagen wollen, dass irgendjemand mit Gewalt versucht aufzufallen, da würde man sagen, na gut, das ist doch dann willentlich. Aber dann müssen Sie eben auch sagen, die Person versucht aufzufallen. Die TikTokerin versucht mit aller Gewalt aufzufallen. Und eben nicht, die TikTokerin fällt mit aller Gewalt auf. Das geht einfach nicht. Denn mit aller Gewalt impliziert, dass jemand etwas willentlich tut. Durch solche Angaben wie mit aller Gewalt oder absichtlich können wir testen, auf eine zusätzliche Weise, ob ein Verb ein willentlich handelndes agentivisches Subjekt hat. Mit diesem Hintergrundwissen können wir jetzt Verben feiner klassifizieren, als wir das vorher getan haben. Wir bekommen eine Neuklassifikation vor dem Hintergrund des Vorgangspassivs. Wir fassen zusammen, die Bedingung dafür, dass ein Vorgangspassiv bildbar ist, ist, dass das Verb ein agentivischen Nominativ regiert. Und ich habe hier diese Abkürzung nom-ag eingeführt, einfach um zu markieren, dass das nicht irgendein Nominativ ist, sondern einer, der ein Agens bezeichnet. Und mit dieser zusätzlichen Kategorie Nominativ versus Nominativ, der ein Agens bezeichnet, können wir nun Verbklassen sowie Transitiv, Intransitiv noch viel genauer beschreiben. Transitive, die können das Passiv immer bilden, regieren einen agentivischen Nominativ und einen Akkusativ. Sie haben solche NPs auf Ihrer Valenzliste, zum Beispiel Waschen. Ich wasche das Auto, das Auto wird gewaschen. Bei den Intransitiven, das sind die, die nur ein Nominativ nehmen und keinen Akkusativ, da unterscheiden wir jetzt zwischen denen, die passivierbar sind und denen, die nicht passivierbar sind. Und, wie schon gesagt, das entscheidet sich ausschließlich darüber, ob der Nominativ agentivisch ist. Arbeiten tun wir absichtlich, deswegen ist das passivierbar. Hier wird gearbeitet, da gibt es dann kein Subjekt, das stört aber niemanden. Hier wird geplatzt, geht nicht, weil Platzen ein Vorgang ist, der nicht willentlich ausgeführt wird. Die Namen für diese beiden sind dann eben nicht mehr einfach intransitiv. Wir ersetzen den Terminus intransitiv durch Unergativ bei den Verben wie Arbeiten, die diesen agentivischen Nominativ haben, und Unakkusativ bei den Verben wie Platzen, die zwar einen Nominativ auf der Valenzliste haben, der aber nicht agentivisch ist. Und die kann man nicht passivieren. Und wenn wir dann jetzt hier unten weiterschauen, dann haben wir hier Verben, die nur einen Nominativ und einen Dativ regieren. Also eine Valenzliste, auf der zwei NPs stehen, eine im Nominativ, eine im Dativ. Und da gilt letztlich dasselbe wie bei den intransitiven. Wenn ein agentivischer Nominativ da ist, wie bei Danken kann ich es passivieren, bei Auffallen ist der Nominativ nicht agentivisch, dann kann ich es nicht passivieren. Verben mit einem agentivischen Nominativ, einem Dativ und einem Akkusativ, das sind dann die sogenannten D-Transitiven. Wie geben ich, gebe ihm das Geschenk. Die kann ich passivieren. Das liegt aber eben nicht daran, dass die D-Transitiv heißen, sondern dass sie einen agentivischen Nominativ haben. Ich habe Ihnen versprochen, dass wir hier die Verben feiner untergliedern können. Und Sie sehen, wir können. Und wir sehen auch, dass die Unterscheidung zwischen Transitiv und Intransitiv, die man in der Schule macht, eigentlich eine sehr seltsame Auswahl ist. Warum haben wir gerade für diese beiden Verbtypen eine Bezeichnung? Viel wichtiger wäre die Trennung zwischen agentivischen, nicht-agentivischen Verben. Diese Begriffe hier in der Spalte Name sind auf jeden Fall eine reine Bequemlichkeitsterminologie. Wir könnten auch statt dieser Begriffe jeweils diese Liste hier nehmen. Das wäre halt ein bisschen umständlicher und nicht so intuitiv. Wir haben bisher nur gesprochen über Verben, die NPs auf ihrer Valenzliste haben. Nominative, Akkusative und Dative. Wir haben außerdem getrennt zwischen diesen Ergänzungen, die auf der Valenzliste stehen, und Angaben, die das nicht tun, weil sie verbunspezifisch lizenziert sind. Es gibt nun aber auch Verben, die Präpositionalobjekte regieren. Und die müssen wir ebenfalls trennen von Angaben, die dieselbe Form haben. Wir schauen uns nun also an Präpositionalangaben versus Präpositionalergänzungen und überlegen, wie wir die oft schwierige Unterscheidung zwischen Valenzgebunden, nicht-Valenzgebunden, regiert, nicht-regiert treffen können. Viele Menschen leiden unter Vorurteilen. Viele Menschen schwitzen unter Sonnenschirmen. Und Sie sehen, natürlich haben wir hier beide Male unter, eine Präpositionalphrase mit unter, aber irgendwie wissen wir, dass unter hier tatsächlich räumliches unter bedeutet hier oben nicht mehr wirklich. Ergänzungen wie unter Vorurteilen in PP-Form haben eine verbgebundene Semantik. Das ist nicht anders als bei den Ergänzungen, die nominal sind, also eine NP. Die semantische Rolle der Präpositionalphrase, in dem Fall unter Vorurteilen, wird also vom Verb zugewiesen. Die Angabe mit unter hat eine eigenständige Semantik. Das ist ein lokales unter. Wir können ja nun schwitzen unter Sonnenschirmen. Wir können schlafen unter Sonnenschirmen. Essen, eine Vorlesung halten unter Sonnenschirmen und so weiter und so weiter. Die semantische Rolle dieser PP, wenn es eine Angabe ist, wird also eigentlich nur von der Präposition zugewiesen oder ist in dieser kodiert. Das ist hier in diesen beiden Beispielen recht intuitiv. Aber wenn Sie mit der Grundschul- oder Schulgrammatik hier herangehen, haben Sie eigentlich gar kein richtiges Mittel an der Hand, um diese Unterscheidung zu machen. Denn im Grunde müssen Sie über semantische Rollen reden. Und wir schauen uns den einzigen Test, der mir wirklich gefällt, an, obwohl der auch nicht immer befriedigend funktioniert. Ich nenne ihn den Auskopplungstest. Und er basiert darauf, dass wir die PP aus dem Satz herausnehmen und dies geschieht und dann die PP wieder anhängen, hinzufügen. Viele Menschen leiden. Dies geschieht unter Vorurteilen. Die allermeisten Sprecher des Deutschen finden, dass das nicht geht. Eindeutig in Ordnung ist, viele Menschen schwitzen. Dies geschieht unter Sonnenschirmen. Und schauen Sie, dieser Test, den finde ich deswegen so gut, weil er mit der eigentlichen Generalisierung zusammenhängt. Die eigentliche Generalisierung ist ja, dass die Rolle von Untervorurteilen von Leiden zugewiesen wird. Und das kann Leiden nicht, wenn diese PP im nächsten Satz steht. Diese Zuweisung von Rollen muss im Satz geschehen, sonst geschieht sie gar nicht. Und deswegen kann ich das nicht auskoppeln, in Anführungsstrichen. Da aber unter Sonnenschirmen eine Angabe ist und die Rolle, die kodiert wird, nicht an das Verb gebunden ist, können wir auskoppeln. Viele Menschen schwitzen. Dies geschieht unter Sonnenschirmen. Und deswegen habe ich mir diesen Test herausgegriffen, weil er so schön direkt mit dem Prinzip der Rollenzuweisung in Verbindung zu bringen ist. Es gibt aber reichlich Fälle, wo das Ergebnis schwierig zu interpretieren ist. Mausi schickt einen Brief. Dies geschieht an ihre Mutter. Geht ziemlich eindeutig nicht. Mausi befindet sich. Dies geschieht in Hamburg. Geht auch nicht. Denn an ihre Mutter und in Hamburg, das sind jeweils Ergänzungen. Mausi liegt. Dies geschieht auf dem Bett. Ja, da steht ein Fragezeichen, weil ich mich schon mit vielen Sprechern des Deutschen darüber unterhalten habe, ob das nun geht oder nicht. Und natürlich ist auf dem Bett eine Angabe und keine Ergänzung. Und ich sage jetzt natürlich, aber in dem Moment, wo Sie sagen, Moment, das geht doch nicht. Mausi liegt. Dies geschieht auf dem Bett. Wenn Sie zu den Menschen gehören, die das nicht okay finden, dann versagt hier der Test für Sie. Und dass ich Ihnen versichere, dass das natürlich so ist, spielt dann überhaupt keine Rolle. Es ist der beste Test, den es gibt. Trotz der Probleme, die wir hier gesehen haben. Vor allem zeigt der Test aber, dass selbst wenn Sie solche Tests anbieten und die Ergebnisse nicht immer eindeutig sind, dass Sie dann vielleicht überlegen sollten, ob Sie von Lernenden in der Schule verlangen, dass Sie da etwas erkennen, einen Unterschied erkennen, wo Sie selber nicht genau sagen können, wie Sie eigentlich diesen Unterschied erkennen. Also Sie haben keine Operationalisierung. Das war es dann für diese Woche. In der nächsten Woche geht es weiter mit Verbtypen als Valenztypen. Da haben wir ja eigentlich jetzt schon mit angefangen. Wir reden dann noch über den Dativ. Und ich hoffe, Sie schauen vorher schon mal rein. Denn das ist ein Punkt, wo wir jetzt natürlich über theoretisch sehr interessante Dinge sprechen, die vielleicht es erfordern, dass Sie vorher schon mal über die Beispiele, die wir dann besprechen, nachgedacht haben. In jedem Fall würde ich sagen, bis nächste Woche. Vielen Dank. Bis dahin.